Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie deppert? Deine Freundin? Ey, bist du normal, Kollegin? Bist du normal? Ich glaube sicher nix normal. Nein, das kann nix normal. Ihr Mutter hat gesagt, sie soll die eine machen. Ihr Mutter? Die Schwiegermutter, die Zukunft. Die will zu sehen. Lucias Vater hilft bei der Suche nach trockener Kleidung. Ja, bitte. Bade-Mantel oder irgendwas? Bade-Mantel, Bade-Mantel. Ja, das meint man so Töckung. Bitte, bitte. Hörst mich an, Alter. Jetzt ist er zwei. Der Nazi? Ja, den brauch ich jetzt. Jetzt geht die Augen wieder rüber, oder? Nein, jetzt nimmer. Jetzt ist mir so kalt, Alter. Mit der Hose ist mir so kalt. Dann zieh mal aus, die Hose. Ich hab nix, Alter. Dann kriegst du ja eh mal aus. Geht euch herzglott. Nein, Alter, bin ich voll fett. In der Mehrfeld kannst du eh nimmer sein. Hast du Ahnung? Hoppsa! Oh Mann! Nein, tut's nicht. Okay, da werden die Augen wieder rüber. Jetzt zeig ich die Spotsen her. In der Hoffnung auf trockene Kleidung zieht sich Yilmaz schließlich doch aus. Da es sich um das Wochenendhaus der Familie handelt, kann nur Kleidung von Tochter Lucia aufgetrieben werden. Und so bekommt Yilmaz zur Überraschung aller Frauen-Leggings angeboten. Nimm mal die Peruken. Ist das yours? Alter Scheiße kann ich ausmachen in das Österreich. Die Mama soll der Schuh-Burgel haben. Wir haben festhinten dich! Ja! Ich bin der Mann! Ja! Dein Freund nicht der Speziele! Jetzt kriegst du keinen Wurm. Nichts 22! Ja, Baby! Wow! Wie er sich die Frauengliederhaar gezogen hat, das war für mich eine Katastrophe eigentlich. Da hab ich mir gedacht. Alter, das kann es auch nicht sein, du lass dich da herrichten wie ein Kasperl. Gut, vielleicht wollt er sich da durch in Szene setzen. Keine Ahnung, ich werd ihm nur einmal fragen, wer das herausfinden. Das mit dem Pool war für mich ein bisschen zu extrem. Aber es war für sein loses Mundwerk eigentlich die Strafe. Warum hat er die Dame das gemacht? Sie hat gesagt, gehen wir schwimmen. Ich hab gesagt, okay, gehen wir schwimmen. Ich hab mir gedacht, wir ziehen uns auch aus was und gehen da ins Wasser. Und wir gehen zum Wasser hin. Und auf einmal gibt's meinen Stress. Und da war ich schon drin. Und das Wasser ist saukalt gewesen. Scheiße. Kerold, Entschuldigung, Frage nur. Ist das schon Versace? Die Möglichkeit für mich, dass ich das ausziehe, 2000 Prozent nicht. Also so fett kann ich gar nicht sein, dass ich da einschlupf. Die Partynacht soll in Bratislava weitergehen. Damit Yilmas ungewöhnliches Outfit dabei als Verkleidung durchgeht, bekommt er zusätzlich eine Kopfbedeckung. Die vielen Schnäpse zeigen mittlerweile ihre Wirkung. Yilmas ist verwirrt. Da musst du durch jetzt, oder? Ah ja, Alter. Was hat, was greift sich immer am Spaß? Na, 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 Geppi aus dem Hintergrund. Schau her. Akojè! Wart. Come on! Okay. Wir fahren ins Hotel jetzt, oder? Nein, ich muss ins Hotel. Ich gehe nicht so in Disco. Jai. I have the Mamis. Anno? We go together. Der 51-jährige Mediziner Thomas Unten ist seit einigen Monaten mit der 21-jährigen Rumänin Kassandra zusammen. Die lebenslustige Frau liebt das Partyleben und ist des Öfteren auch alleine in Discos unterwegs. Um ihre Model-Karriere in Österreich voranzutreiben, hat sie ihr Lebensgefährte bei einer Bezirksmisswahl angemeldet. Mario Orsulitsch soll dabei als Begleiter fungieren. Doch nachdem sich Kassandra die letzte Nacht alleine um die Ohren geschlagen hat, muss sie erst mal aufgeweckt werden. Thomas, die ist tot. Was sagst du? Ich glaube, das Titel muss eine Tour heute anziehen. Wieso? Die ist tot. Was heißt tot? Tot, erledigt. Die ist kaputt. Sie will nicht, hat sie gesagt. Sie hat gesagt, das Titel soll eine Tour anziehen. Na, kann ich auch nichts machen. Magst du es als die Misswahl weiter mitmachen? Na, kann ich auch nichts machen. Mir ist das wurscht. Frauen sind immer unberechenbar. Aber das kann sich in der nächsten Stunde noch ändern. Also ich würde dem nicht so viel Bedeutung beimessen. Es gibt viele Frauen, die sagen was und die halten das auch nicht. Aber das ist normal. Bei Gewissen. Ich meine, Kassandra, was ich habe, kennt ihr besser. So gut kann ich es nicht. Du hast mir gesagt, der Junge und der Alte kosten, kosten das Gleiche. Fressen und saufen ganz das Gleiche, hast du gesagt. Ja, ja, das stimmt schon. Darum warst du lieber Junge. Aber das ist ja bei uns auch so. Wirklich? Noch nicht? Nein, ich weiß nicht. Einer kostet mehr, gehört einer weniger. Magst du einen Kaffee? Nein, Kaffee nicht, aber irgendwas anderes, was du hast. So ein Kohl, Traubensaft, irgendwas sowas. Und der Brot. Das kommt schon, das Brot ist schon fertig. Offenbar, sonst habe ich die Eier schon gegessen. So. Nach dem Frühstück versucht Orsolitsch, ein letztes Mal Kassandra aus dem Bett zu bekommen. Wir brauchen keine Essen mehr, ich bin schon da. Lieber, lass mich jetzt scheiße, lass mich in Ruhe. Aufstehen, die Männer warten alle auf dich. Die Männer warten alle auf dich. Bitte, bitte, lass mich. Magst du die ganze Zeit? Ich habe dir was aufgebracht, ein paar Zucker. Nichts? Magst du nichts mehr heute? Ist sie schon abgesackt? Bleibst du im Bett? Wenn Thomas fragt, musst du was sagen? Hm? Es wird wohl nichts mehr heute, oder? Ich glaube, es wird nichts mehr. Die Sonne steht nicht auf. Die bleibt liegen. Hätten Sie sich schon gefreut, die Kassandra heute zu sehen? Naja, im Dirndl, ich hätt mich gefreut. Aber sie will nicht. Sie ist faul. Lange in der Acht, weiß ich nicht, was angesoffen ist, heimgekommen ist. Ich weiß nicht. Ich möchte, dass sie spät heimgekommen ist. Weißt du, sie sind die jungen Frauen, die vertragen halt nichts, ne? Die Karriere ist vorbei. Hat nicht einmal angefangen, so schnell geht das. Hä? Blondi, was ist? Gestern war es schlimm, hab ich gehört. Ich hab dich eh gesehen. Gestern. War es schlimm in den Ocean Park. Was war gestern? Hab ich es in den Ocean Park gesehen. Da ist ein bisschen spazieren gegangen mit ein paar jungen Männern. Hab ich es gesehen. Naja. Müsst man halt allein gehen, wenn es nicht will. Wenn es nicht aufstehen will, dann müssen wir halt allein sein gehen. Komm, steh auf, das ist, kannst alles nerven. Stehst du auf, wenn nicht, dann geh scheißen, bleib blieben und tschüss. Ganz einfach. Die Prinzessin wirft die Nerven weg, sie verweigert. Sie will auch nicht an der Wahl teilnehmen. Und, äh, ja, sie will halt nicht. Mir ist das persönlich relativ wurscht. Ohne eine gewisse Disziplin geht gar nichts. Die Disziplin, die Disziplin hat es halt anscheinend noch nicht. Und, ähm, ja, ist halt so. Mir geht es nichts auch nicht. Die Kassandra ist jetzt sein Problem, nicht meins. Ich hab ja gesagt, mit jungen Weiden machen wir nichts, nicht? Die wissen nicht, was wollen und die muss, siehst du, sie sagt sie, macht es, dann macht es nichts. Alle fünf Minuten ein anderes Ding, nicht? Sagt immer was anderes, nicht? Vielleicht überlegt es sich nur die nächsten fünf bis zehn Minuten. Robert Nissel hat laut eigenen Angaben eine besondere spirituelle Ader und diesbezüglich bereits verschiedene Phasen durchlebt. Haben Sie die Phase auch erlebt, wo Robert gesagt hat, er ist Gott? Ja. Wie war das? Was haben Sie sich da gedacht? Oh mein Gott, ist er jetzt verrückt geworden und durch diese alle verrückten Frauen, oder was ist mit ihm los? Er hat schon einmal zu mir gesagt, Anna, du musst Kontakt aufnehmen mit meinen Engeln. Und ich hab mir gedacht, okay Robert, bitte, bitte. Letztendlich ist es ja ein Gott berufener. Also ein berufener, so wie ihm Jesus war, so in etwa. Also nicht Gott. Für zu heilen und Menschen zu helfen. Eine Materie kann nie Gott sein. Auch nicht Jesus war Gott. Es war, der Inhalt vielleicht war göttlich, aber die Materie kann nie Gott sein. Das hat Meier gegeben, und dann sind Jesus, Meier und dann Robert Niesel. Habe ich halt geglaubt, gefühlt. Habe ich halt unter Anführungszeichen... Haben Sie da wie im Kopf einer das eingeflüstert hat, oder sind Sie da alleine draufgekommen damit? Teilweise die Enkeln. Teilweise die Enkeln. Die haben mit Ihnen gesprochen? Teilweise mit mir, teilweise mit jemand andern. Die haben in den Kopf gesprochen, man hat gehört, man hat gefühlt. Und ja... Und die gingen dann einfach auch, das ist ja auch enttäuschend. Ja, jetzt sind sie fort. Vielleicht waren es aber Teufeln und keine Engel. Ich glaube, er ist von Teufeln... Haben Sie schon über einen Engel reden gehört mit Ihnen? Nur die Teufeln reden und die Engeln sagen gar nichts. Mittlerweile weiß ich es auch schon. Sind Sie gläubig? Ja. Wahrscheinlich als Kroatin katholisch. Ja. Ja, alle Kroaten sind... Schwerkatholische eigentlich. Dann ist ja das fast ein Frevel gewesen, wenn er gesagt hat. Oh mein Gott. Er ist Nachfolger Jesu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Robert Nissels liebstes Hobby sind Autos. Und so hat er sich einen kleinen privaten Fuhrpark aufgebaut. Da seine Zeit als Lovecoach vorbei ist, sieht er das als Gelegenheit, um die Fahrzeuge zu wechseln. Ich tausche eigentlich nur um. Es ist ein Umtausch, eigentlich ein kleiner Umtausch gegen einen SX-4. Der hat vier Tieren. Ist auch mit Eilrot. Der war ja geplant für die Jolen. Ja. Hat sich schon einen Führerschein? Noch nicht, noch nicht. Aber er ist in Arbeit. Wobei für die Jolen ist es besser. Der Kleine da daneben. Da habe ich nur einen Kleinen. Ist vielleicht besser als der. Ja, weil mit dem Transit kann man vergessen. Mit dem Transit zugleich. Ich habe es sich gar nicht zu vorstellen. So klein mit 1,50 Uhr. Was muss man da alles umbauen? Nein, der ist lieb gewesen. Super Auto. War zufrieden. Bin super gefahren. Nur müssen wir es haben. Viertierig ist leichter. Mit dem Baby. Deswegen kommt er auf Tausch. Lovecoach steht aber auch nicht mehr oben, oder? Nein, das habe ich runtergenommen, weil er doch draußen steht. Hier und da das Auto. Und wenn sie draußen stehen, es ist nicht eine feine Gegend, wo ich wohne. Sagen wir so. Was passiert da? Da habe ich Angst, dass ich irgendwas tun habe. Das ist der Neid, der Menschen dazu veranlasst, anderes Hab und Gut zu beschädigen. Was ich selber nicht habe. Nicht nur der Neid anderer beschäftigt den jetzigen Emotion Manager. Auch in puncto Spiritualität ist er oft mit Unverständnis konfrontiert. Nissel kann mit solchen Vorwürfen nichts anfangen. Er lässt sich von seinen Gefühlen leiten. Ich bin ein Modell von einem Menschen, der sehr wenig denkt. Und nur denkt, wo es bodenständig geht um die Realität. Das heißt, wo es um Geld geht. Das heißt, puncto Firma, Auto, der Rest von der Firma, Auto etc. Da denke ich. Da muss ich denken, ja. Aber alles, was Gefühle ist, was Leben ist, was Familie ist, braucht man nicht denken. Nach Gefühl, nach Leben. Und du lebst richtiger, als wenn du denkst. Und das ist das Geheimnis, dass man da immer gut drauf ist. Weil es immer so kommt, wie man fühlt. Und nicht kommt, wie man denkt. Weil es kommt nie, wie man denkt. Es kommt immer, wie man fühlt. Zu seinem Autoverkäufer hat Nissel durch die häufigen Besuche bereits eine Freundschaft aufgebaut. Herr Nissel, begrüße Sie. Mein Lieblingsautoverkäufer. Freut mich, dass ich Ihnen wieder ein Automobil liefern darf. Das war nur ein kleiner Tausch, aber macht ja nichts. Auch die kleinen Geschäfte sind Geschäfte. Was tauscht der Herr Nissel ein? Herr Nissel gibt seinen wunderbaren, so zugegeben Erfolg, der bei uns übernommen hat, zurück. Und nimmt ein familiengerechteres Auto, damit seine Frau leichter hin- und herfahren kann. Das war die Idee, nehme ich an. Wird das auch umgebaut wieder oder foliert? Nein, er hat ihn diesmal so übernommen, wie wir ihn normal liefern. Mit ein paar Kleinigkeiten, mit Winterreifen dazu. Aber an sich keine nennenswerten Umbauten dabei diesmal. Warum keine Folierung, keine Umbauten? Vielleicht tauscht man ihn wieder gegen was anderes ein. Vielleicht, keine Ahnung. Aber bei mir ist das mit den Autos so wie mit anderen Unterhosen wechseln. Oder früh mit den Frauen. Frauen, ja, Frauen, das ist schon so lange her. Erinnere mich nicht mehr mehr. Das habe ich jetzt schon anders von Ihnen gehört. Ja, das erinnere mich nicht mehr mehr. Was haben Sie gehört? Nein, dass das jetzt eben nicht mehr ist. Jetzt werden nur noch die Fahrzeuge gewechselt. So, wie das für den Familienvater gehört. Genau so ist es. In der Slowakei legen die Männer vor ihrem Ausflug in das Nachtleben von Bratislava doch noch einen Zwischenstopp im Hotel ein, um Erol Jilmaz die Gelegenheit zu geben, sich umzuziehen. Gerhard Klein will den 31-Jährigen bei seinem Zimmer abholen, doch dieser führt drinnen verdattert Selbstgespräche. Er rätselt noch immer, wie es dazu kommen konnte, dass ihn die Frauen in den Pool werfen. Drittlich raus. Das Ziel war all ab. Das ist ein Kult. Das Fizzat zu. Jetzt kann ich auch nicht glauben. Jetzt kann ich auch nicht glauben, dass mir die Sau wirklich ins Wasser geholt hat. Dass ich mich warte ins Wasser und los. Was bin ich für ein Wormer? Was bin ich für ein Wormer? Ah, ha, ha, ha. Kaum in Bratislava angekommen, versucht Erol Jilmaz sofort wieder seiner auserwählten Bezieher näher zu kommen. Er hofft, dass es heute nicht nur beim Reden bleibt. Ich habe einen Kaugummi, damit ich besser küssen kann. Gerhard Klein bandelt währenddessen mit Beate an. Slavka bleibt ohne Begleiter. Eine Dame bleibt hinten, die sie da abgelehnt haben, die große Dame. Was ist mit dir? Hatschen tut es. Die hohen Steckerl schurcht auch nicht weh. Herr Klein, was ist mit der großen Dame? Die kommt nicht nach? Ja, der Heinz ist ja, du bist der Gentleman. Nein, war ich nicht. Hilfe, du trägst ein bisschen die letzten 10 Meter. Du trägst du ein paar Meter und dann nicht. Nein, nein, das ist du. Klein versucht stattdessen bei Beate Eindruck zu schinden. Juppi, hier. Ja, da ist ein Hupfen. Jetzt haben wir noch. Hier, komm schnell. Im Lokal angekommen versuchen die Männer sofort, mit einer Flasche Wodka die Stimmung aufzulockern. Sowohl Errol Yilmaz als auch Gerhard Klein sind sich sicher, dass sie heute Nacht endlich Erfolg bei dem Damen haben werden und sie den Heimweg nicht alleine antreten müssen. Ich hab mir nichts Genaues jetzt mit ihr ausgemacht. Aber dass wir uns halt treffen später, dass wir uns sehen. Und ja, eventuell schläft sie bei mir im Zimmer. Hat sie gesagt. Muss er sich nach überlegen. Schauen wir mal, ich bin guter Dinge. Ich hätte halt gern das Selbstvertrauen, was er hat. Ich glaube, es gibt keine Frau, die was nicht sofort hörig ist, wenn sie ihm das erste Mal sieht, egal wo er da hinkommt. Nachdem ihr keiner der Männer mehr Aufmerksamkeit schenkt, verlässt Slavka das Lokal enttäuscht als Erste. Als auch Lucia alleine den Heimweg antreten will, ist Errol Yilmaz verwundert. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Ja. Okay? Ja. Okay. Ciao. Ciao. Wie kommen Sie nach Hause? Ich habe mir gedacht, es wird heute sicher irgendwie was Näheres werden. Sie hat gesagt, sie wird morgen vielleicht bei mir im Hotel schlafen. Heute geht es zu schnell. Sie muss heim zu ihrem Papa und ihrer Mama. Morgen, wenn alles passt und wenn ich aufhöre bei der Schwarzen anzubraten, dann schlaft sie morgen bei mir im Hotel. Heute meine ich, dass sie das so zu Ihnen sagt. Ja, aber es ist mir nichts anderes übrig geblieben. Das Problem war, ich habe bei beiden ein bisschen anbraten, ich habe sie zusammen geredet. Und sie hat gesagt, sie wird morgen bei mir schlafen, aber nur wenn ich morgen nur mit ihr rede. Auch Gerhard Kleins Plan ist nicht aufgegangen. Herr Kleins, Sie kommen ganz alleine. Sie haben gesagt, da wird heute irgendwas passieren, die blonde Dame. Ja, es ist eh was passiert. Nein, ich bin, sie ist jetzt ja noch da geblieben ein bisschen. Ich bin eigentlich schon müde, gehe jetzt ins Hotel und schlafe mir aus und dass ich morgen fit bin. Enttäuscht? Waren Sie sich ziemlich sicher, dass da heute sozusagen irgendwie mehr Nähe geben wird? Nein, enttäuscht bin ich nicht. Ich habe Zeit. Ich weiß, ob das heute oder morgen passiert. Nach einer einsamen Nacht treffen sich Gerhard Klein und Errol Jilmaz am nächsten Morgen beim Frühstücksbuffet. um Eroberungspläne für den neuen Tag zu schmieden. Heinz Nowak hat unterdessen Beate, die als Schlosserin und Friseurin arbeitet, für einen Privattermin zu sich aufs Zimmer bestellt. Hallo. Ich sage dir jetzt, was ich will, du übersetzt es dir, ne? Ja. Seid so lieb, sag ihr, ich habe heute ein neues Rendezvous. Und ich will nicht, wenn man die durch die Haare ein bisschen weiter runterfährt am Rücken, dass die in einen Wollknödel reinfällt. Weil da soll es mir hinterstickel die Haare wegrasieren. Dass die nicht gleich da denkt, was ist da los, wenn sie da hergreift und hat da eine schiebe Haare auf einmal. Heinz Nowak hat Friseurin Beate für einen Privattermin zu sich auf das Hotelzimmer bestellt. Doch statt der Kopfhaare will er von ihr die Rückenhaare gekürzt bekommen. Denn Nowak hat ein Rendezvous mit einer neuen Dame geplant und will sich dabei von seiner besten Seite präsentieren. Die 34-jährige Beate erfüllt ihm den seltsamen Wunsch, auch wenn der Anblick von Nowaks Rücken sie alles andere als anspricht. Das ist absolut hässlich. Ein älterer Mann sollte sich besser um sich kümmern. Während Beate Tapfer ihre Premiere im Schneiden von Rückenhaaren absolviert, kommt Gerhard Klein vorbei. Beim Anblick des Szenarios traut er seinen Augen nicht. Was ist mit dir? Haben sie von dem Spital zum Friseur geschickt? Das ist ja wahr, da braucht man ja von Australien einen Schaubschneider, Alter. Wie ich da jetzt reingekommen bin momentan, habe ich halt mit einem Schlag drauf. Ich habe nicht einmal einen Gedanken, irgendwelchen Gedanken gehabt, wie der Heinzel da gesessen ist. Ich habe noch nie einen Nackert beim Friseur sitzen gesehen, den der Rücken mit der Schere geschnitten wird. Das ist unglaublich so was. Alter, die hätte ich verschnitten. Mit einem Rasierer oder mit Wachs würde das besser aussehen. Ich weiß nicht, wie es ihm dabei gegangen ist, wie er mit der Schere mit dem Gugel gefahren ist. Vielleicht war er ein bisschen erregt. Ich meine, ich habe nicht so genau geschaut, aber gehalten habe, dass ich so, wie man gerade irgendwelche Gefühle gehabt hätte. Tatsächlich war der Rückenhaarschnitt für Heinz Nowak ein voller Genuss. Jetzt sind wir so auch gelandet an mir und ich habe mich schon ein bisschen aufgeregt. Ich habe weggemeint, sie hat noch weitermachen, aber sie hat gesagt, nein, das genügt. Und da habe ich gleich gedacht an den Gerhard, weil der macht sich auch ein bisschen eine Korrektur. Röbere, das macht es jetzt. Was hat das gekostet jetzt, dieser Haarschnitt? Schäuermus sind platit. Schäuermus sind platit. Auch Gerhard Kleim nimmt die Dienste von Beate in Anspruch, allerdings am Kopf. Kannst du dir bitte sagen, du sollst mir nicht die Haare zu kurz schneiden. Du bist schon zu spät. Heutz, trifft sie nicht auf, ich habe ein paar für dich. Ja, sei so lieb. Ich habe ein paar, ich habe ein paar, ich habe ein paar, ich habe ein paar, ich habe ein paar. Alter, wie viel schneiden die? Beate ist der Meinung, dass der 53-Jährige mit kurzen Haaren besser aussieht. Und so hofft Klein, mit dem freiwilligen Haarschnitt endlich bei ihr landen zu können. Passt, ey. Super. Bussi. Schade. Bussi, danke.